Was ist eigentlich Kommunalpolitik? Kommunalpolitik ist die politische Arbeit von Gemeinden. Auch Städte und Landkreise gehören dazu. Die Städte und Gemeinden von Deutschland haben das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dabei dürfen aber nicht die Grundgesetze gebrochen werden. Dafür werden von den Bürgern Gemeindevertreter und Bürgermeister gewählt. Unser Bürgermeister von Isernhagen ist Arpat Bogia. Wenn Probleme oder neue Projekte entstehen, kommen der Bürgermeister und die gewählten Gemeindevertreter zusammen. Sie versuchen, die Probleme in einer Sitzung zu lösen oder über die Projekte abzustimmen. Von Kommunalpolitik hat also jeder etwas, der in einer schönen Gemeinde leben möchte.